Willkommen zur Präsentation des ersten DLCs für Trainsimworld, dem Train-Simulator, der neue Maßstäbe setzen will und jetzt mit dem ersten DLC eben auch Passagiere bietet. Was er noch alles bietet, das sieht er gleich nach dem Intro. Eine Reise in den Westen. Sie wurden gerufen, um einen Fahrer zu ersetzen, der auf einer anderen Fahrt in Verzug geraten ist. Ihre Aufgabe besteht darin, den Zug nach Reading zu bringen, wo jener Fahrer übernimmt und die Fahrt wie geplant fortsetzt. Okay, das ist unser Szenario. Wir sollen also nicht später als 19.20 Uhr ankommen. Ich weiß nicht genau, was uns hier erwartet, aber wir müssen offensichtlich irgendwas mit diesem Regionalzug machen. Und ihr seht schon, das große neue Feature, was dieses DLC, dieser DLC jetzt bringt für Trainsimworld, sind eben die Passagiere. Und wenn ich ehrlich bin, ich finde die gar nicht schlecht. Diverse Simulationen haben es ja immer mal geschafft, Menschen unglaublich schlimm aussehen zu lassen. Aber Trainsimworld schafft das soweit. Aber natürlich sind nicht die Menschen das, was uns interessieren sollte, sondern die Züge und das Fahrgefühl und die Dinge, die man mit den Zügen machen kann und so weiter und so fort. Naja, und wir müssen jetzt erstmal mitfahren mit so einem Zug und da werden wir uns natürlich auch mal drinnen umschauen. Und ihr werdet, das kann ich jetzt schon versprechen, ihr werdet erstaunt sein, überrascht sein, vielleicht auch ein bisschen begeistert sein, wie detailliert das ist. Und jetzt, guckt euch das mal an. Wir können uns komplett frei im kompletten Zug bewegen. Das ist ein bisschen eng. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so ist. Der Teppich ist gemacht. Die Sitze sind gemacht. Hier drin, der ganze Fahrgastinnenraum. Fehlt nur noch, dass wir auch auf Toilette können, aber das ist dann, glaube ich, zu viel verlangt. Also, da kann man nicht drauf. Wir können natürlich auch direkt hier vorne zu unserem Kollegen. Grüß dich, wollte nur mal Hallo sagen. Darf ich mich setzen? Okay, machen wir gleich. Wir setzen uns gleich erstmal in den Fahrgastinnenraum. Aber ihr seht schon, es ist der absolute Hammer. Also, allein grafisch. Wir sind natürlich jetzt noch nicht gefahren und das kann natürlich sein, dass das nicht so ganz gut ist. Das weiß ich jetzt noch nicht. Also, ich habe nur ein Tutorial durchgespielt. Aber, also grafisch von innen, das hat es so noch nicht gegeben. Ich bin zumindest davon auf jeden Fall schon mal begeistert. Aber wir werden natürlich in den nächsten Folgen ein bisschen kritisch auch drauf schauen. Und werden schauen, dass wir uns möglichst viele Bereiche anschauen. Und ich bin natürlich auch wahnsinnig gespannt auf euer Feedback. Schreibt gerne am Ende des Videos in die Kommentare, wie euch dieses Spiel gefällt. Was ihr cool findet, was ihr nicht so cool findet. Können wir hier das Fenster aufmachen? Ne, ist abgeschlossen. Wegen der Klimaanlage bestimmt. Ähm, da bin ich saugespannt drauf. Und wenn ihr natürlich weitere Videos davon sehen wollt, lasst da auch gerne ein Like da auf dem Video. Und genau, dann gibt es bald weitere schöne Videos von Trainsome World, dem Great Western Express. So, ah, wir können uns jetzt erstmal natürlich hier auf so einen Platz setzen. Am besten in Fahrtrichtung. Die meisten Leute wollen ja in Fahrtrichtung sitzen. So, und dann seht ihr das schon, so sieht das hier aus. Also ist schon was, ist schon wirklich, wirklich cool. Vor allen Dingen das Szenario, dass man erstmal mit dem Zug fahren muss, um dann einen Zug zu übernehmen. So habe ich das verstanden. Ähm, das ist ja ungewöhnlich. Das gab es so im Train-Simulator bisher nicht. Aber es ist natürlich schön, dass man auch mal sowas hat. So, dass die ihre Hände hier auf der, in der Hose haben, das sieht natürlich nicht so klasse aus. Also das sind so Sachen, die könnte man sicherlich noch fixen. Das sind immer so die Kleinigkeiten, ne. Natürlich ist das total cool, dass das hier alles ausmodelliert ist und begehbar ist und so. Aber dass der dann hier seine Hände in dem Stoff der Hose hat, das sieht natürlich ziemlich blöd aus. So, und jetzt gehen wir mal unseren Kollegen besuchen. und schauen den mal über die Schulter. Staff Access Only. Wir sind vom Staff. Grüß dich, Heike. Na, alles gut? Ich setze mich mal. Ah, ne. So. Jetzt. So, da sind wir schon am nächsten. Heike, kannst du schneller fahren? Ich muss um 19.20 Uhr da sein. Muss ich einen Zug übernehmen? Ja, ich gebe mein Bestes, nicht? So, das Szenario soll nicht besonders schwierig sein, aber trotzdem ist es natürlich auch nicht geschenkt. Also wir müssen schon den Zug dann auch bedienen können. Es werden ein paar Züge mitgeliefert. Ich glaube, Vorbesteller können da auch relativ viel sparen, denn wenn es vorbei ist mit dem Vorbesteller-Rabatt, dann wird es richtig teuer. Habe ich zumindest auf Steam gesehen. Ich weiß nicht mehr genau den Preis, den es gekostet hat, aber man hat zumindest als Vorbesteller da sehr viel gespart. Würde ich euch auch empfehlen, das dann zu machen. Das geht also bis kurz vor den Release. Und dankenswerterweise, dank Dovetail Games, dürfen wir das ja auch schon ein paar Stunden vor dem Release quasi zeigen. Ja. Und das freut mich natürlich. Und euch freut es vielleicht auch, keine Ahnung. Aber ich finde das schon ziemlich klasse. So, fahr! Wir können fahren. Bin sehr, sehr nervös hier. Und auch wie hochauflösend diese Texturen hier sind. Also, wow. Schaut euch das an. Man kann hier die Schrift vom Feuerlöscher lesen. Dieses Kleingedruckte. Das kann man in echt mal nicht mal lesen. Und hier läuft es. Hier geht es. Machen wir mal ein bisschen die Sonnenblende runter. Das ist ein bisschen buggy. So. So. Ne. So sehen wir nichts. So. Okay. Glauben wir auch. Also. Gefällt mir soweit schon mal sehr, sehr gut. Aber muss man natürlich auch relativ lang darauf warten. Das ist das große Problem von Trains im World. Bis irgendwie Content kommt. Und das ist ja der erste Content, der jetzt dann neben dem Hauptspiel eben kommt. Muss man wirklich, wirklich lange warten. Mehr als ein halbes Jahr war es jetzt, glaube ich. Im Februar kam das Spiel heraus. Nach zahlreichen Verschiebungen. Für Xbox One weiß man immer noch nicht, wann es kommt. Es wird irgendwann kommen, sicherlich. Aber wann es kommt, weiß man nicht. Das ist ja auch alles schon optimiert. Ihr seht das. Man hat ja so bestimmte Tasten und so. Also. Im Prinzip ist das schon alles dafür optimiert. Aber. Da gibt es nicht irgendwelche Probleme offenbar noch. Performance mäßig kann ich jetzt nicht klagen hier. Ihr seht, das läuft alles sehr, sehr flüssig. Aber das war ja auch eines der Anfangsprobleme von Trains im World. Und man braucht schon relativ guter Hardware im eigenen PC, um das eben flüssig spielen zu können. Also es sind alles so Punkte. Perfekt ist das wirklich nicht. Aber. Die Entwickler haben sich zum Ziel gesetzt, neue Marschstäbe zu setzen. Und zumindest im Bereich der Zugsimulation könnte ihnen das auch gut gelingen. Wobei sie natürlich auch vorher schon Marktführer waren. Und da jetzt auch relativ leichtes Spiel haben, sage ich mal. Also sie wollen sich selbst halt übertrumpfen. Oder übertreffen. So. Aber bis wir selbst dann mal wirklich fahren, scheint es ein bisschen zu dauern. Ich bin unglaublich gespannt auf euer Feedback. So. 2,6 Meilen noch. Mir ist Angst und Bange, Heike. Mir ist Angst und Bange. Aber dass die so Story hier mit reinbringen, gefällt mir echt, echt gut. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich an der Stelle. Es gibt dann auch noch diesen Schnellzug und einen Güterzug. Und das Wichtige ist eben, dass die Passengers jetzt dabei sind. Und ich hoffe, dass Duftier Games jetzt bald auch mal dann die Entwicklertools freigibt. Oder sich zumindest mit ein paar externen Entwicklern zusammensetzt und sagt, okay, let's go. Und dann auch mal eine deutsche Strecke rauskommt. Das vermisse ich noch so ein bisschen. Aber immerhin, die Richtung stimmt ja. Von den USA nach Großbritannien ist ja schon mal so ungefähr. Und wenn es dann weitergeht nach Deutschland, vielleicht meinetwegen noch über Frankreich und dann nach Deutschland, dann wäre es super. Irgendeine Strecke in Nordrhein-Westfalen würde ich mir wünschen. Aber es ist auch sehr schwierig umzusetzen, weil dann natürlich wahnsinnig viele Gleise verlegt sind. Also irgendwie so. Oder Hamburg ist auch cool. Das gab es ja im Prinzip die Strecken, die es schon für den Train-Simulator gab. Und da vielleicht noch ein paar Schippen drauflegen. Und dann mit dem ICE fahren, mit diversen Baureihen, die noch im Einsatz sind, mit dem neuen Doppelstock-IC. Das wäre ja vielleicht was für Trains in the World. Obwohl die sich jetzt nicht zum Ziel gesetzt haben, immer das Modernste vom Modernsten zu machen. Die wollen mehr so die Ikonen abbilden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch dieser IC, den man hier fahren kann, dieser Schnellzug, das ist auch nicht mehr der modernste, sage ich mal, in Großbritannien. Und da stand auch in einem Artikel, von dem ich auf trainsimulator.com, glaube ich, gelesen habe, dass der auch ersetzt werden soll. Von neueren Baureihen. Ich glaube 800 also. So, 0,9 noch. Aber hier sind auch schon viele Gleise. Also eigentlich scheint es technisch dann schon möglich zu sein. Aber die hat ihre Hände irgendwie nicht an den Hebeln, ne? Ich finde halt ein bisschen schade, dass die nicht reingelaufen kommen und sich dann auch setzen, die Passagiere, sondern so aufploppen wie beim Train-Simulator. Das wäre so ein Wunsch, den ich noch hätte, um das halt so zu kompletieren. Weil jetzt ist man schon so weit, dass man das alles richtig schick erstellt hat. Und dann fehlt halt noch das. Wir kommen immer näher und immer näher und immer näher mit der Regionalbahn. Bin ich mal gespannt auf den Kollegen. Beziehungsweise auf den Zug, den wir da übernehmen sollen, weil der Kollege ja irgendwie ausgefallen ist. So, oh, noch mehr Gleise. Das ist schon... Ich mache einmal die Außenansicht. Ah, ich glaube da vorne steht ja schon. Die Ansichten kennt man schon. Ja. Da sieht man auch nochmal schön, was das Spiel grafisch zu bieten hat. Und das ist wirklich einiges. Und ich kann mich über die Performance wirklich nicht beschweren. Also, das läuft wirklich gut. Tschüss, Eike. Ich gehe schon mal wieder. Mach's gut. Gute Schicht noch. Selbst hier. Close and open kann man. Keep clear of the door. Do not attempt to leave the train when the doors are closing. Also, grafisch macht Trains im World schon einiges her. Ist einfach so. Der Multiplayer fehlt natürlich auch noch, der angekündigt wurde. Der ist jetzt immer noch nicht dabei. So. Hier ist der Zielort. Bahnhofshalle hinüber. So, und das ist ja auch eine Sache, die man in Trains im World jetzt hier präsentieren will. Endlich ist es möglich, sich frei zu bewegen und man sieht, was man damit alles machen kann. Und dann, dass die jetzt hier so blöd rumstehen, das finde ich natürlich wieder nicht so gut. Aber, dass man sich hier frei durch den Bahnhof bewegen kann, das ist schon mega. So, da hinten sollen wir dann hin. Wir rennen mal. Wir haben es ja eilig. Spätestens 19, 20 sollen wir da sein. Okay, und hier warten wir dann. Oder ist es da vorne? Werden es sehen. Mal schauen. Ja, ich glaube, wir fahren hier diesen... Schnellzug. Rennen wir mal hin. So. Und dann... Ja, müssen wir hier vorne einsteigen, tatsächlich. So, es ist ganz schön laut hier. Uiuiui. So, setzen wir uns hin. Und... Jetzt müssen wir die erforderlichen Bedienungselemente einstellen. Wir müssen... Den... Äh... Moment. So, vorwärts. Dann müssen wir hier... Das Spitzensignal Hecklichter... Moment. Hecklichter? Ne, ich glaube, wir müssen... Wir müssen das auf... Moment. Wir müssen das auf... Tagspitzensignal und Kennlicht. Zugtüren... Zugtüren... Benutzen Sie... Um das Befehlsmenü... Zu öffnen. Links entriegeln, rechts... Ach, das ist ja auch cool. Ja, wir müssen links entriegeln. Okay. Fahrgäste einsteigen lassen. Machen wir hiermit, glaube ich. Äh... Ja. Wir schauen uns das mal kurz an. Das ist ja... Ich bin hin und weg. Schaut euch das an. Wow. Und wir müssen kurz mal einen Blick hier reinwerfen. Auch das... Oh, ich hatte schon Sorge, dass das Ding ohne uns losfährt. Wow. Also ich bin... Schon... Also ein paar Kleinigkeiten finde ich natürlich blöd, aber grafisch ist das schon wirklich... Absolut klasse. So, jetzt kommt es natürlich auf... Der große Punkt ist natürlich das Fahrgefühl und die ganzen Fahrsysteme und so. Ähm, und da bin ich auch auf eure Hilfe angewiesen. Also, gerade was so die ganzen Sicherungssysteme angeht, ähm... Kommt es ein bisschen auf euer Feedback ein, an. Das würde mich sehr interessieren, was sie dazu sagt. Und jetzt müssen wir noch... Bis 19.30 warten. Können wir das irgendwie vorspulen? Hm. Wait until 19.3D. Ja gut. Ich würde sagen... Ich mache an der Stelle, glaube ich, einen kleinen Cut. Jetzt die ganze Zeit zu warten ist, glaube ich, Quark. Und dann sehen wir uns gleich wieder nach dem Cut. Ähm... Und dann setzen wir das Ganze gleich in Bewegung. Also, bis gleich. So, mittlerweile ist es fast 19.30 Uhr und... Ich wollte die Gelegenheit gerade nochmal nutzen, um auszusteigen. Und nochmal so ein bisschen durch die Wagen zu streifen und auch hier nochmal zu schauen, wie sehen die denn eigentlich aus. Hier ist die Standardklasse. Hier wieder alles hübsch ausmodelliert. Und die gehen komplett automatisch auf. Ich dachte hier gerade schon, hier geht die Toilette, aber hier geht es auch nicht. So. Und auch hier wieder das Gleiche. Wäre jetzt noch Hammer, wenn man hier auch den Fahrkartenautomat bedienen könnte, ne? Oder solche Späße. Aber das geht leider nicht. Aber trotzdem... Also, ist schon ein neues Level, was hier präsentiert wird. Und ihr seht, die Sonne kommt auch ein bisschen raus. Und dieser Lack, den finde ich auch gar nicht so schlecht dargestellt. Also besser, als dass die meisten hinbekommen. So, jetzt renne ich aber schon wieder nach vorne, damit wir dann auch starten können endlich. Und endlich selbst fahren können. Und ich finde, das wird einem auch ganz gut erklärt hier. Man sollte die Szenarien allerdings auf jeden Fall in der Reihenfolge, wie sie dann auch sind, spielen. Weil sonst kann man da so ein bisschen in Bedrängnis kommen. So, setzen wir uns. So. Dann... Äh... Links verriegeln. So, das ist jetzt passiert. Und dann jetzt das Wachsignal betätigen. Ähm... Ich glaube... Wir bringen das noch gleich mit... Ne, das war das Falsche. Okay. Lösen Sie die Zugbremse. So, das ist gelöst. Und dann geben wir jetzt mal Schub. So, wir müssen den Scheibenwischer, glaube ich, anstellen. Äh... Was... Wo ging das denn noch? Hier. Nein, so. Damit wir auch was sehen. Und wir fahren, Leute. Wir fahren. Wow. So, das ist natürlich schon irgendwie was anderes als im Train Simulator. Ähm... Wobei das im Train Simulator auch keinesfalls schlecht dargestellt ist. Aber... Oh, wir müssen gleich anhalten. Aber... Das ist hier nochmal mit den ganzen Knöpfen, wo dann auch wirklich alles bedienbar ist hier. Das ist schon nochmal eine andere Qualität. So, wir machen mal die Leistung auf Null und werden dann gleich schon wieder am Signal anhalten müssen. Wir gehen schon mal auf die Ausgangslage. Na, wir müssen ein bisschen stärker bremsen. Noch stärker. Stopp, 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 stopp. Okay. Huiuiuiuiuiui. Das war nicht so ganz gut eingeschätzt. Wir haben rot. Oder? Haben wir nicht rot? Ich glaube... Ah, vielleicht haben wir nicht rot, glaube ich. Wir fahren mal. Ich glaube, wir... Das hat sich gerade... Schauen wir mal. Okay, ich glaube... Ja, alles korrekt gemacht. Ich glaube, wir hatten grün und ich habe das falsche Signal angeguckt. Da bräuchte man jetzt so ein... Äh... Das müsste man jetzt nochmal in der... Zeitlupe sehen. So, in der Wiederholung. So, das wollte ich sagen. In der Zukunft wird das aber natürlich wieder der Zengis spielen hier auf dem Kanal. Das war jetzt nur aus organisatorischen Gründen, dass er das halt relativ flott dann auch zu Gesicht bekommt. Und ich wollte es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen angucken, aber... Hätte es geklappt, dann hätte es der Zengis direkt von vorne gemacht. Aber der macht dann alle anderen Szenarien, zeigt er euch dann. Also insofern so. Wir haben jetzt aber... Jetzt sehe ich es aber, wir haben grün. Da können wir auch ein bisschen mehr... Gas geben. Okay, ich glaube, die Signale werden hier sogar als solche angezeigt, als grün oder rot. Na dann können wir wesentlich mehr Gas geben. Das hier, das ist nämlich der Diesel-Triebwagen von dieser IC-Reihe. Ähm... Und der hat, glaube ich, wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, 2250 PS. Wiegt 70 Tonnen und das ist schon eine ganze Menge. Aber mir ist der Fehler, den ich gerade unternommen habe oder der mir da unterlaufen ist, äh... Ein bisschen peinlich, muss ich sagen. So, wir dürfen 100 Meilen pro Stunde fahren. Es gibt so viel zu beachten, die Signale. Das... Und so, da soll man nochmal jemand sagen, Zugfahren ist nur Hebel betätigen. Es ist schon ein bisschen mehr. Und das... Hier sind ja noch nicht mal die ganzen Sachen, die es so sonst so gibt. Also, im deutschen Raum muss man ja, glaube ich, ähm... Muss man ja SIFA betätigen, PZB, LZB und so weiter. Das ist ja jetzt hier gar nicht mal so. Also, wir mussten zwar diesen Taster hier betätigen, aber sonst müssen wir ja jetzt während der Fahrt relativ wenig machen. Also, wir müssen hier nicht ständig auf irgendwelche Knöpfe drücken, um eben zu bestätigen, dass wir noch da sind. Sondern, das geht alles so. So. Oh. Ich glaube, wir müssen ein bisschen... Abstand nehmen. Ich glaube, wir sind ein bisschen flott unterwegs. Obwohl, ne, jetzt haben wir... Jetzt dürfen wir... 100, okay. Und in... Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Mensch, Ansgar, lass das lieber den Zeichen machen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also, der macht es dann. Fährt dann die restlichen Züge. Und ich, wie gesagt, ich hoffe, dass da bald auch neue Inhalte für erscheinen werden. Das wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. So. Dann geben wir mal mehr Gas. Und ziemlich bald dürfen wir ja dann auch schon 125 Meilen pro Stunde fahren. Ähm, ja. Und der Tacho hier geht bis 140. Schon. So, und hier sieht man es jetzt nochmal, wie cool das dann auch während der Fahrt aussieht. Das so hinzubekommen, dass das so gut läuft. Ich habe die Grafik jetzt auf Ultra eingestellt. Ähm, und dass das so läuft. Und man sieht auch richtig, wie schnell das Ding ist. Also es ist richtig gut auch... Irgendwie hin... Hat man richtig gut hinbekommen. Das ist schon Wahnsinn. Dass hier auch die Oberteile und so... Und selbst hier sind die Aufkleber drauf. Wow. Ich bin ein bisschen fasziniert von der Grafik, die Trains in World bietet. Ich meine, das war schon bei CSX Heavy Hall gut. Das muss ich ja zugeben. Das habe ich auch gespielt damals. Aber, ähm... Man sah halt noch nicht die Passengers. Und man sah noch nicht wirklich City. Und hier sieht man City. Und das sieht grandios aus. So, ich glaube, jetzt sollten wir langsam... Ah, ne, jetzt... Okay. Dann lassen wir das auf der Stufe. Auf der maximalen Leistung. Wir müssen noch 30 Meilen fahren. Ich würde aber sagen, wie wir das machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wie es euch gefallen hat, das teilt ihr dann in den Kommentaren mit. Vor allen Dingen eben beim Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, bis zu euch zu sehen. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch gefallen hat.